Herzlich Willkommen, neues Video von Savage Scooters. Heute geht es um das Projekt Drehmomentmonster. So, was hat es damit auf sich? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Also, das Drehmomentmonster. Warum gibt es ein Projekt, das Drehmomentmonster? Kurze Geschichte, oder lange Geschichte, kurz erzählt, so rum. Bei mir war jemand auf dem Prüfstand, der Walter mit seinem Motor. Die haben ein bisschen was getestet. Es ging um eine programmierbare CDI. Und diese programmierbare CDI benötigte natürlich zum Testen einen laufenden Motor. Da kam der Walter mit einem 177er BGM, mit einer 62er Drehschieberwelle und mit einem 26er Vergaser. Ui, dachte ich. Das ist aber, das war mal eine Ansage. Von der 200er, die 62er Drehschieberwelle von Penasco. Dann habe ich ihn gefragt, wie hast du die aufgebaut? Hat er mir alles soweit erklärt, was er gemacht und getan hat. Und dann ergab das auch Sinn. Und er hatte diesen Motor basierend auf dem Drehmomentprinzip aufgebaut. Das heißt, sehr niedrige Steuerzeiten und sehr viel Leistung im unteren, oder sehr viel Drehmoment im unteren Drehbereich. So. Als wir dann auf dem Prüfstand waren und die Tests durchgeführt haben, haben wir über 30, 40 Prüfstandsläufe gemacht. Ich habe auf dem Roller gesessen, wie auf einem Rodeo-Pferd. Der hat die ganze Zeit auf der Rolle auf und runter gebockt, weil der so einen Druck hatte, dass der in dieser Klemmmechanik wirklich rauf und runter, rauf und runter. Und ich sagte noch zum Walter, mein Gott, Alter, der drückt aber, das ist unfassbar. Und nachdem dann alles fertig war, habe ich zu ihm gesagt, darf ich den denn jetzt mal nach meinem Gusto abdüsen? Und dann hat er gesagt, klar, trub dich aus. Und dann habe ich den mal so abgedüst, wie ich den abdüsen würde. Und dann kamen vier Newtonmeter mehr und dreieinhalb PS mehr raus. So. Was wohl auf der Straße sich unfassbar fahren lässt, wenn ich Walter Glauben schenken darf. Was mich aber fasziniert hat, waren die über 23 PS und die über 27 Newtonmeter aus einem 177er BGM. Und da reifte in mir der Entschluss, das Ding baue ich nach. Warum? Weil ich das wirklich vielleicht noch ein bisschen zum Exzess treiben will und mal gucken will, was da funktioniert. Dann hat der Walter mir alle Komponenten gesagt, die er verbaut hat. Und dann habe ich mich aufgemacht und alle Komponenten nachgekauft. Und die Komponenten liegen jetzt zum größten Teil hier auf dem Tisch. Und das Projekt wurde, wie es immer so ist, du planst das eine und raus kommt das andere. Meine Kleine kam dann auf die Idee und sagte immer, als er auf dem Open Day war, ich hätte gerne mehr Rentenentenken. Originalzitat. Und die Information war, mehr Rentenentenken hieß für mich, sie will mehr Leistung haben. Gemeint war aber einfach nur ein bisschen mehr Akustik. Gut, ich habe das jetzt anders identifiziert und habe gleich angefangen, im Rahmen eines neuen Motors zu denken. Und da ihr ihrer Lotte so gut gefällt, wollte sie, dass der Motor da drin bleibt. Also was blieb mir anders übrig? Okay, habe ich gesagt, baue mal einen kompletten neuen Roller auf. So, also aus ein bisschen mehr Rentenentenken ist jetzt ein komplettes Rollerprojekt geworden. Und das Rollerprojekt wird uns jetzt über den Winter ein bisschen begleiten. Dazu habe ich heute mit euch die Bestandsaufnahme vor. Das heißt, wir reden über die Teile. Und wir reden über das, was kommen soll und um das, was kommen wird. Und ich erkläre euch das ein bisschen. Gut, wo fangen wir an? Fangen wir an. Da ich jetzt jüngst Beschwerden gehört habe über meine Musikauswahl in meinen Videos, dass die Musik nicht so toll wäre, habe ich kurz überlegt, ob ich ein Pörnchen mache. Und ja, ich mache ein kurzes Pörnchen und ich werde euch die Teilchen zeigen und dann werden wir darüber sprechen. Und das Gute ist, das ist mein YouTube-Kanal. Ich kann Musik machen, wie ich will. Wenn ihr das nicht gut findet, dann müsst ihr Ton ausmachen oder ganz weggucken. Ansonsten müsst ihr das leider ertragen. Aber ich halte mich kurz mit dem Pörnchen. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 warum zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann weiter. Tipps über den Lidtausbeuten. steht hier schon lml rahmen aus der b waren reihe allerdings jetzt die letzten die noch da sind ich habe noch zwei stück bekommen zustand ist nicht so gut wie die die ich mir mal gekauft habe woraus mr gray entstanden ist aber scheißegal muss man einfach sagen scheißegal der wird neu lackiert der bekommt zwar der ist in schwarz der bekommt auch die farbe schwarz wieder ich konnte mich mit meiner farbidee leider nicht durchsetzen bei meiner freundin ich hatte nämlich ein ach nee das verrate ich nicht vielleicht gibt es ja mal projekt zu also wird es einen schwarzen roller geben und wir werden den roller entsprechend vorne noch mit einem schönen fahrwerk versehen hinten mit einem schönen fahrwerk versehen es wird eine gekürzte gabel geben weil ich das einfach geil finde und es für mich auch ansprechend zu fahren ist aber einfach auch weil es geil ist schöne sitzbank kommt drauf die habe ich auch schon mitgenommen bin ich sehr von geflasht ist die neue sitzbank von bgm für die px die mono sitzbank zeige ich euch auch gleich noch mal oder ihr habt ihr wahrscheinlich schon gesehen ja würde sagen das ist so der grobe rahmen in dem wir uns bewegen so und jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die thematik ein warum der roller so viel drehmoment und so viel druck hat also warum wird der auslass nicht ich meine ihr seht ja ich habe ja per se alles aufgerissen an dem zylinder was aufzureißen ist was die überströme anbelangt der auslass ist allerdings unbearbeitet warum ist das so so der zylinder ist eigentlich für eine kurbelwelle mit einem 105er pläuel gefertigt wir fahren per se schon mal 110er pläuel das heißt ich muss fünf millimeter unterlegen um das längere pläuel auszugleichen dann hat die auch die kurbelwelle auch noch mal fünf millimeter mehr hub das heißt ich muss noch mal zusätzlich zwei millimeter zweieinhalb millimeter mehr hub ausgleichen das heißt wir reden über 7,5 millimeter mehr hub ausgleich so jetzt ist es aber so dass ich für das prinzip des drehmomenten monsters niedrige steuerzeiten brauche warum brauche ich niedrige steuerzeiten habe ich den kolben leider nicht hier warum entsteht drehmoment bei einem zweitakter drehmoment entsteht bei einem zweitakter wenn die explosions zeit in dem moment wo das gemisch gezündet wird sehr sehr lange auf den kolben einwirken kann bevor die energie durch den auslass nach draußen fliegt das ist das was der fahrer gemeinhin als drehmoment wahrnimmt wenn die über ström zeiten und die auslass zeiten entsprechend hoch sind ist zwischen auslass oberkante und oberen todpunkt nicht sehr viel platz und der kolben ist nachdem er komprimiert hat auch auf dem weg nach unten sehr sehr schnell wieder an der auslass oberkante das heißt die explosions zeit die auf den kolben wirkt ist sehr kurz und damit kann die leistung bei niedrigen drehzahlen nicht entstehen sondern die entsteht bei mehr drehzahlen deswegen wenn man die über ström zeiten ungefähr kennt und auch die auslass zeiten kennen dann weiß ich so im kopf wo der roller ungefähr von der drehzahl her piken müsste also wo der leistungs peak ist wir werden hier mit den sag mal schnell mit den steuerzeiten unter 120 bleiben und unter 170 bleiben ich glaube walter hatte 116 168 das hört sich jetzt erstmal unfassbar wenig an aber wenn ihr überlegt wie lange der kolben von der explosions energie ein mitkriegt von oben der kolben geht ja hoch dann wird es explodiert und dann kriegt das auf den kopf und geht wieder runter und diese explosions energie und wenn da auch noch viel sprit und viel luft und also der brennraum mit viel gemisch angereichert ist dann ist die explosions energie natürlich höher deswegen auch die hören oder die größeren überströmer weil ich in dem moment wo der kolben halt öffnet ich viel gemisch rein pumpen will in den zylinder damit er halt viel hat zum komprimieren dann ist die explosions energie auch noch hoch also bedeutet deswegen die niedrigen steuerzeiten damit die explosions energie sehr sehr lange auf den kolben wirken kann und damit mir in niedrigen drehzahlen einfach ein hohes drehmoment ermöglicht und im idealfall so ist mein wunsch schaffe ich es die 30 newtonmeter zu knacken die 27 newtonmeter waren schon sehr sehr hoch also ich habe das für mich mal so als ziel rausgegeben ob ich das hinkriege weiß ich nicht ich versuche es mal aber man muss sich ja ziele setzen auch man kann ja auch scheitern aber man muss sich als ziele setzen ich versuche allerdings und das hatte der weiter nicht gemacht er hat ja den auslass unbearbeitet gelassen ich werde die oberkante des auslasses werde ich unbearbeitet lassen ich werde dem auslass aber ermöglichen einen sehr schnellen und sehr großzügigen gas austausch zu ermöglichen das heißt jeder der mal versucht hat durch den strohhalm zu saugen weiß dass das sehr viel schwieriger ist als wenn er durch das offenen durch ein offenes garagentor geht ja von daher macht auf das tor macht weit aber nicht hoch bedeutet wir werden dem auslass schon noch ein bisschen was alu entlocken müssen allerdings erst hinter den kanten um das ganze ein bisschen zu optimieren und weil da ist der auslass sicherlich der flaschenhals über den wir hier reden wir schauen mal ob das was bringt inwieweit das was bringt und über wie viel leistung wir dann reden auspuff technisch bin ich natürlich erst mal wieder bei der polini box ich muss allerdings mal mit jürgen sprechen vielleicht ist der jürgen von posch performance so lieb und baut mir für dieses projekt noch einen auspuff denn der auspuff muss bei sehr sehr niedrigen steuerzeiten gut funktionieren die polini box ist so ein allrounder die funktioniert auch bis 6.500 touren funktioniert die perfekt bei 6.500 touren knallst du allerdings mit der in die wand aber die bügel bis 6.500 touren so ziemlich alles an auspuff anlagen platt was so auf dem markt ist sollte man diesem italienischen dröteblech eigentlich nicht zutrauen ist aber so von daher ist das der erste griff in den auspuff topf um ja die sache mal anzugehen wir werden also schauen ob und inwieweit wir das ganze noch mit einem auspuff mit einer anderen box vielleicht noch ein bisschen positiv beeinflussen können ja so das ist das projekt was jetzt beginnt also jetzt bedeutet ich nehme euch immer mal wieder mit auf die einzelnen etappen was wo wie wann ich wie zusammengebaut habe wir werden also gemeinsam mit sicherheit noch bis ins nächste jahr von diesem projekt haben und ich hoffe dass wir oder ich hoffe eigentlich dass ich am ende die 30 newtonmeter sehe und natürlich auch ihr die 30 newtonmeter seht wenn es nicht klappt klappt es nicht dann haben wir auf kies gefurzt aber wie gesagt man muss sich ja ziele stecken so ja dann würde ich sagen war es das jetzt erstmal zur bestandaufnahme wir ich habe euch ja in dem pönchen schon ein bisschen was gezeigt was hier so verbaut wird und ich denke das wird interessant und ich denke das wird auch vielleicht für den ein oder anderen von euch interessant weil das ist sicherlich kein low budget projekt über das wir reden aber kostenmäßig ist so ein bgm zylinder immer noch unfassbar interessant und wie wir sehen kann er über gewisses spektrum halt echt gut liefern so und wir probieren jetzt mal nicht die höchstleistung in der ps klasse sondern mal höchstleistung im bereich drehmoment in der hoffnung dass das funktioniert genug gequatscht ich wünsche euch einen schönen tag ein schönes wochenende oder eine schöne restwoche mal gucken wann das video kommt in diesem sinne bleibt hässlich wenn er rausgeht fall nicht in schnee und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss